Alter, was ist denn das? Das ist doch langweilig. Du bist einfach schlecht. Oh, oh, oh. Unfair. Ich hab's ja nicht einmal in der Hand gehabt. Was ist das? Oh, oh, oh. Eine Glocke. Ja. Oh, ja. Stimmt. Herz. Ach. Scheiße. Weihnachtsbaum. Eine Glocke. Scheiße. Eri. Eine Glocke. Tannenbaum. Aha. Bin ich richtig? Aha. Ah, das ist ein Tannenbaum. Haben wir das gleiche? Aha. Das ist doch kein Tannenbaum, also wirklich. Schuss. Ich bin ja wohl schlecht. Weihnachtsbaum. 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 Ja. Okay. Und los. Hä? Tannenbaum. Ja. Oh nein. Doch. Mit Spitzungen. Tannenbaum. Du bist frech. Was ist das? Schuh? Nee. Ein Schuh? Ein Weihnachtsbaum? Nee. Engel? Alter. Ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Ich auch nicht. Das ist so ein Männchen. So eine Figur. Wie nennt man sowas? So, wo ist oben? Ist es richtig oben so? Äh, Lebkuchen? Ja. Echt? Ja. Hä? Ähm, ein Schlüten? Ja, das hätte ich auch noch gedacht. Lebkuchen-Mann. Jawoll. Warum weißt du sowas? Sag mal, die hat doch ihre Augen nicht verbunden. Hä? Natürlich. Ich bin Saarländer. Ich weiß alles. Die schummelt bestimmt so von hier. Hä? Was ist das? Ein Bär. Ein Schlittschuh. Nee. 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 Hä? Das ist der Kopf. Was ist der Kopf? Das sind die Arme. Ja. Einen Fässer-Kuchen-Mann. Ja! Ah! Danke. Mann, du Scheiß, wie dumm bin ich? Danke. Ich hab nichts von Armen und Garten gespürt. Aber danke. Ja. Oh. Okay. Letztes? Nein. Wir müssen noch mehr machen. Ohne Luft. Alter. Was ist das? Los. Schneemann. Schneemann? Ja. Schneemann? Das ist ein Schneemann. Wow. So eine, wo man an einem Baum hängt. Ein Only Man, meinst du? Nein, wie heißt das denn? So eine Krügel. Eine Christbaumkugel? Ja. Nee, das ist nett. Okay. Gut, dass ihr uns eine angewacht gibt. Hä? Ja. Ich fühl's immer noch nicht. Was ist das hier? Das ist bei dir gut. Ah. Okay. Was macht der? Hä? Das ist so grüffelt da rum. Eine Gitarre? Nee. Ein Weihnachtssack. Nee. Eine Glühbirne. So. Schneemann. Ja. Das ist doch langweilig. Du bist einfach schlecht. Ich muss jetzt nicht was richtig machen. Was weiß ich? Schneemann! Das war gut. Selber gut. Yes. Sind wir fertig? Oh Gott. Ich hab 4-0 gewonnen. Juckt mich gar nicht. Ist das schon aus? Was? Das war's. Was? Ja, auf jeden Fall gut gekämpft. Ich hab 4-0 gewonnen. Das war's. Das war's. Das war's. Was war's. Wirklich- Vielen Dank.